Unser Bandschleifer BSL-220E ist genau der richtige Problemlöser, wenn es was zu schleifen oder polieren gibt. Und zwar am liebsten dort, wo andere Geräte erst gar nicht hinkommen. Im Lieferumfang enthalten sind vier Schleifbänder. Je zwei Stück Korn 80 und Korn 180. Eins davon ist vormontiert. Verpackt ist der BSL-220E im formschönen und superstabilen Koffer, in den das Gerät nach dem Arbeiten einfach zurückgelegt werden kann. Er eignet sich beispielsweise durch die besondere Gestaltung seines Schleiffingers, ideal zum Schleifen von kleinen Öffnungen und Durchbrüchen, aber auch zum Bearbeiten von den unterschiedlichsten Formen, Flächen und Radien. Dabei können sogar zwei Betriebsarten benutzt werden. Sollen besonders ebene Flächen erzielt werden, sollte ausschließlich die lineare Bandführung an der Unterkante des Schleiffingers gewählt werden. Weiche Konturen können Sie dagegen prima mit der nicht abgestützten Bandoberseite erzeugen. Erweitert werden die vielfältigen Möglichkeiten des Gerätes zusätzlich durch die stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit und den um 60 Grad winkelverstellbaren Schleiffinger. Höchste Flexibilität. Eingebaut Abwerk. Der Getriebekopf aus Alu-Druckguss ermöglicht hochpräzise Kugellagerpassungen für die saubere Führung der Getriebeelemente. Das Winkelgetriebe hat so bei der Übertragung des kräftigen Drehmoments beste Betriebsbedingungen und dankt dies mit extremer Langlebigkeit. Im Gegensatz dazu muss das Schleifband aber dann und wann auch mal erneuert werden. Schließlich werden unterschiedliche Körnungen angeboten, die benutzt werden wollen. Außerdem verschleißen Schleifbänder natürlich unweigerlich. Das ist aber alles kein Problem. Das kleine Umlenkrollchen am Fingerende stellt über eine Federvorspannung die notwendige Bandvorspannung her. Und deswegen ist auch das Auswechseln des Bandes kinderleicht. Zum Entnehmen kann das Band nämlich einfach seitlich heruntergeschoben werden. Das neue wird bei gleichzeitigem leichten Hereindrücken des Schleiffingers einfach aufgezogen. Fertig. Ist der Bandlauf nicht ganz perfekt, kann er mittels einer Fein-Einstellschraube sensibel justiert werden. Und noch ein sinnvolles Zubehör möchten wir Ihnen bei dieser Gelegenheit vorstellen. Für quasi stationären Einsatz lässt sich das Gerät nämlich mit unserem Micromod-Gerätehalter einspannen. Hält zufällig und sicher. Und denken Sie daran, beim Hobeln fallen zwar Späne, aber beim Schleifung treffen, wird der Staub abgesaugt. Mit unserem leisen und saugstarken Kompakt-Werkstattsauger CW-Matic halten Sie die Luft rein und die Umgebung sauber. Einfach an den dafür vorgesehenen Ansaugstutzen anschließen. Fertig. Proxxon Geräte mit Charakter. Proxxon Geräte mit Charakter. Vielen Dank.